Liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, am 5. März wählen Sie Ihren neuen Oberbürgermeister. Als Kandidat der Parteifreien Bürger für Frankfurt BFF stelle ich mich für diese verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung, um gemeinsam mit Ihnen eine gute Zukunft für unsere Stadt zu gestalten. Als Oberbürgermeister werde ich den Grünen das Mobilitätsdezernat entziehen. Denn statt einer Politik gegen das Auto brauchen wir das Miteinander aller Verkehrsträger und ein ganzheitliches Mobilitätskonzept. Stadtplanung und Wohnungsbau werde ich zur Chefsache machen und selbst die fachliche Verantwortung dafür übernehmen. Dabei werde ich alles daran setzen, das Umweltverbrechen einer Trabantenstadt im Frankfurter Nordwesten zu verhindern. Zudem trete ich für die Zahlung eines kommunalen Wohngeldes ein, damit sich Menschen aller Berufsgruppen das Wohnen in Frankfurt wieder leisten können. Sicherheit und Sauberkeit stehen ebenso auf meiner Agenda wie die Klimaanpassung durch mehr urbanes Grün. In der Frage der Zukunft von Schauspielhaus und Oper stehe ich selbstverständlich für den Wiederaufbau des historischen Schauspielhauses. Als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender im Römer bringe ich die nötige kommunalpolitische Erfahrung mit, um das Amt des Oberbürgermeisters auszufüllen. Dafür bitte ich Sie am 5. März um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank!